moin moin liebe leute ein weiterer stream steht an heute abend ab 18 uhr gibt es einen stream von try und mir auf meinem kanal link in der beschreibung gespielt wird starbound ein schönes terraria ähnliches spiel dass wir gestern nacht schon so ein bisschen gestreamt haben wer dabei war weiß das kann sehr witzig werden und ich hoffe ihr seid dabei ich hoffe ihr habt spaß daran und vielleicht werden wir damit jetzt quasi so unser terraria let's play zum ende führen und umleiten eben zu starbound und dort weiterspielen also wenn ihr dranbleiben wollt wenn ihr den anfang dieses ganzen chaos ist chaos ist chaos ist mitbekommen wollt dann schaltet ein um 18 uhr link in der beschreibung wir freuen uns und